Willkommen zu den Windel-News Folge 12. Die Puppers ist eine Abidell-Windel, die es bis vor einigen Monaten noch zu kaufen gab. Doch dann hat sich der Hersteller Tückables dazu entschieden, die Produktion einzustellen und eine Neuauflage zu starten. Wie das erste Design, also Version 1 sozusagen, ausgesehen hat, könnt ihr euch in meinem Praxistest vom Juli 2023 anschauen. Zu dem Zeitpunkt war die Windel bereits seit einigen Wochen in mehreren Shops nicht mehr verfügbar. Die neue Version könnte ihr jedoch ebenfalls noch nicht kaufen, sie ist für Ende 2023 angekündigt und das schon seit einer Weile. Nachdem wir schon Oktober haben, kann es also nur noch wenige Wochen dauern, sofern der Start nicht verschoben wird. Das hoffen wir natürlich nicht. Werfen wir mal einen Blick auf alle Infos, die es vorab schon gibt. Die Hunde auf den Windeln sollen Erwachsener geworden sein und sind deswegen nicht mehr in der Schule, sondern haben einen Job, in dem sie arbeiten und sich bald ihren Lebensunterhalt verdienen. Zu ernst wird es trotzdem nicht, weil sie ja erst in der Ausbildung sind. Pro Packung wird es anscheinend vier verschiedene Designs geben, die man oben sehen kann. Was sofort auffällt, die Hintergrundfarben sind verschwunden und dafür einem größeren Motiv auf der Klebefläche gewichen. Danach kann man nur Hydranten sehen. Bei der ersten Version gab es die dort auch schon, allerdings zusammen mit Pfoten, Autos und anderen Motiven. Soweit man das auf den Bildern sehen kann, wird es nur Hydranten geben und keine anderen Motive mehr. Eventuell doch noch zwischen den Beinen, das ist nicht sichtbar, aber ich denke eher nicht. Hinten dagegen wieder große, bunte Motive. Diese gehen farblich bis in die Seitenteile und schaffen mit den Klebern einen Übergang. Die Saugleistung soll verstärkt worden sein und wird mit 7,5 Litern nach dem genormten Isotest angegeben. Zuvor hatte der Hersteller 6 Liter angegeben, allerdings war unklar, wie dies gemessen wurde. Wenn der alte Wert auch nach ISO war und dies nur vergessen wurde dazu zu schreiben, wäre es ein Upgrade um 1,5 Liter theoretische Saugleistung. Ob sie dadurch mehr aushält, muss ein Praxistest zeigen. Das Ergebnis der ersten Version war gut, aber nicht überragend. Es ist gut möglich, dass sich dies mit der neuen Version ändert. Das Außenmaterial wird weiterhin Plastikfolie bleiben, wie es die Mehrheit von euch lieber mag, anstelle von Karten. Außerdem eine eher robustere statt dünnere Folie, wie es beim Vorgänger auch schon der Fall war, ähnlich mit anderen Features. Es klingt wie eine verbesserte Version mit neuem Design. Bei letzteren kann man sich natürlich fragen, welches davon besser ist. Das ist eher Geschmackssache und lässt sich nicht wie die Saugleistung messen. Etwas schade finde ich jedoch, dass es nun seit mehreren Monaten gar keine Puppers mehr zu kaufen gibt, die alten sind längst ausverkauft und die neuen noch nicht auf den Markt. Hier seht ihr gerade Auszüge aus meinem Praxistest-Video zum alten Design, damit ihr es vergleichen könnt, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Vermutlich macht das der Hersteller absichtlich, damit die neue Version mehr Aufmerksamkeit bekommt und nur diese auf dem Markt ist. Nachdem die Produktion eingestellt ist, dauert es ja noch einige Zeit, bis alle Lager von Shops und eventuell Zwischenhändlern leer sind. Aus Sicht des Herstellers ist beides nachvollziehbar. Als Kunde würde ich gerne noch das alte Design kaufen können, bis das neue erscheint. Was die Preise angeht, ist bisher nichts bekannt. Da auch das neue Design auf Klett setzt, wird sie erfahrungsgemäß etwas teurer sein. Wie gefällt euch das neue Design im Vergleich zum alten? Welches davon findet ihr besser? Schreibt es in die Kommentare. Wenn du dich für die Puppers interessierst, findest du an der Seite das komplette Video zu meinem Praxistest von der ersten Version. Darin stelle ich die Windel ausführlich vor und zeige, wie viel sie im Praxistest ausgehalten hat. Macht es gut und bleibt trocken, bis zum nächsten Video.